Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich mache dies ja nur zu besonderen Zeitpunkten, aber ich möchte heute doch ein paar besondere Worte verlieren. Ich war sehr überrascht, als eine gute Freundin von mir mich per SMS gebeten hat, mich bei einem besonderen Menschen zu bedanken. Diese Frau hat besondere Dinge geleistet, die das rechtfertigen und verdienen. Ich möchte mich hiermit im Namen der ganzen Bundesrepublik bei ihr bedanken und verneigen. Danke sagen dieser außergewöhnlichen Frau für ihren besonderen Einsatz, die außergewöhnliche Energie und Leistung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nehmen Sie sich diese Dame mal zum Vorbild. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020